Abgänge an Rohren werden in verschiedenen Branchen benötigt, unter anderem der Heizungs-, Sanitär-, Gas- und Wasserbranche. Die sogenannten Ausheisungen werden dabei in sehr großen Stückzahlen benötigt und bisher ist es schwer möglich, diese in diesen großen Stückzahlen herzustellen. Bei der konventionellen Methode wird im Prinzip ein Loch in das Rohr gefräst und mit einem Aushaltsdorn oder mit einem Aushaltswerkzeug diese Geometrie erzeugt. Dabei entstehen im Rohrmaterial vor allem große Spannungen. Das Ende des Abganges wird geschwächt, ist also nicht mehr gleich der Materialdicke des Rohrs, was natürlich jetzt mit dem neuen Verfahren wesentlich besser gehandelt werden kann. Der größte Vorteil durch die Automatisierung besteht in der gesenkten Taktzeit. Das heißt, wir können die Teestücke kostengünstiger, schneller fertigen, mit einem geringeren Einsatz an Energie. Zudem, da es ein umformendes Verfahren ist, nutzen wir den Werkstoff, der am Rohr schon vorhanden ist. Das heißt, es entsteht kein Abfall beim Aushalsen. Dadurch, dass wir natürlich auch dieses Verfahren dahingehend wirklich weiterentwickeln wollen, dass wir wirklich marktreife Maschinen damit produzieren können, sind wir eben auch mit der Universität zusammengekommen. Der Fokus lag bei uns klar auf der Entwicklung des Umformverfahrens an sich für den industriellen Einsatz. Wir haben diverse simulative, experimentelle Untersuchungen gemacht, um die optimalen Prozessparameter zu bestimmen, was dann auch wiederum in die Auslegung der Fertigungsanlage eingeflossen ist. Auch die Akquise von Nachfolgeprojekten sowie weiteren Projektpartnern, dem Aufbau eines Netzwerkes und in Zusammenarbeit mit ATG auch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem Messebesuche. Natürlich ist er durch sein auch zum Teil Organisationstalent, also gerade auch, wenn es darum geht, weitere Projektpartner mit hinzuzuziehen, beziehungsweise an der Uni dann Projektpartner zu finden, für uns von Vorteil gewesen, dass das eben so dann bei ihm reibungslos geklappt hat. Beide Partner, sowohl ATG als auch wir, arbeiten gemeinsam auf verschiedenen Ebenen, um diese Technologie voranzubringen und auch am Markt weiter zu etablieren.